Unterwegs im Zentralwallis, im Val d'Eras, bei den weltberühmten Pyramiden von Deuseen, die wir hier sehen. Das Val d'Eras, ein sehr langes Seitental von Sitten hinein nach Süden. Eindrücklich, diese Sandpyramiden und oben, als Dach, ein Granitstein. Die Natur schafft wunderschöne Kunstwerke. Nach rechts der Blick Richtung Wildhorn zu den westlichen Berner Alpen. Besten Dank und allen gute Touren.